Hallo, herzlich willkommen, Andreas Dienbacher, Personal aus Karlsruhe, heute zum Thema, sehr oft gefragt, Andreas. Ich möchte aufbauen, was soll ich machen? Per E-Mail, per Facebook, per YouTube, Twitter, Google Plus, zu allen die Plattformen. Liebe, 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 liebe Leute, wie soll ich euch eine Empfehlung aussprechen? Wenn ich weder weiß, wie oft ihr Zeit habt, pro Woche ins Fitnessstudio gehen, wenn ich nicht weiß, wie ihr aussieht, wenn ich nicht euer Ziel genau kenne, wenn ich nicht eure Vorgeschichte kenne, wie soll ich das machen? Ich kann es nicht. Ich kann hier keine pauschalen Aussagen raushauen. Was für den einen gut ist, muss für den anderen noch lange nicht richtig sein. Deswegen bitte ich um Folgendes. Ich mache hier schon sehr viel Social Network. Ich habe so viele Plattformen, die ich momentan bediene und da gibt es immer wieder in der Woche vier, fünf Berichte zum Thema. Und wenn man sich ein bisschen die Mühe macht und einfach mal im YouTube-Kanal sich mal ein bisschen Zeit nimmt und hier mal meine verschiedenen Clips anguckt zum Thema Training, zum Thema Ernährung, bei Facebook in meiner Fanseite, Personal Trainer Karlsruhe, mal ein bisschen reinschaut, regelmäßig mitliest, bei Faszination Fitness, wo ich da als Administrator mittätig bin mit Christian Zippel, mal ein bisschen reinguckt und sich die Mühe macht, eben das zu verfolgen und nicht erhofft, dass man innerhalb von fünf Minuten sämtliche Geheimnisse weiß und erlesen kann, dann wirst du auch im Laufe der Zeit deine Antwort finden. Alles andere bitte ich darum, dass ihr Verständnis habt, dass ich das nur in einer Beratungsstunde machen kann, wo ich dann auch entsprechend Zeit habe, euch das detailliert zu erklären. Das geht nicht innerhalb von kurzer Zeit in eine E-Mail, in einem kurzen Anschreiben bei Facebook, bei YouTube, was weiß immer. Dafür bitte ich um Verständnis. Ich habe nicht die Zeit dafür, für jeden ehrenamtlich hier eine Komplettberatung abzuliefern. Und vor allem nicht dann, wenn ich keine Parameter von dieser Person kenne. Und da das ein hoher Zeitaufwand ist, bitte ich euch, Rücksicht darauf zu nehmen, das kann ich nur in einer Beratungsstunde abliefern. Sonst geht es nicht. Ansonsten könnt ihr einfach meine Kanäle abonnieren, regelmäßig mitlesen und dann werdet ihr auch nach einer gewissen Zeit euren Weg finden. Das war es schon. Andreas Trinbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, der um Rücksicht bittet. Dankeschön.